Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 118. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Heute kommen wir bereits zu der dritten Folge unserer kleinen Miniserie über die vergangenen und aktuellen Hochkulturen und wir wollen heute über Lemurien reden. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, beim Vorbereiten dachte ich, das hätte ich schon gemacht. Ich wollte mich auf Atlantis konzentrieren und habe dann gemerkt, oh nee, Lemurien ist dran. Wenn ich an Lemurien denke, dann kann ich nicht verhindern, dass ein Lächeln auf mein Gesicht kommt. Diese Hochkultur ist eine so harmonische und glückliche Hochkultur und eine so friedvolle Energie, dass bei mir automatisch Entspannung und Lächeln passiert. Und das ist etwas, was ich wunderschön finde. Und vielleicht kannst du das für dich auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn du dir einfach mal Lemurien überlegst oder vielleicht auch mal so ein bisschen vor dich hin sagst und einfach mal fühlst, wie dein Körper darauf reagiert. Was in deinem Körper geschieht, wenn du für dich dich mit Lemurien und der lemurischen Energie verbindest. Das wäre eine wirklich interessante kleine Übung, die du gerade jetzt machen kannst. Schließe einfach jetzt kurz die Augen und dann, ohne viel darüber zu wissen, lasse diese lemurische Energie in dich einfließen und gucke, was in deinem Körper passiert und wie sich dein Körper anfühlt. Lemurien Lemurien ist eine der ältesten Hochkulturen, an die wir uns erinnern können. Wenn ich die geistige Welt nach Zahlen frage, bekomme ich keine klare Antwort darauf. Aber vom Gefühl her sind so zwischen 50 und 100.000 Jahre dies zurückliegen. Und obwohl ich sage, es liegt sehr, sehr weit zurück, empfinde ich Lemurien nicht als vergangen. Es ist einfach auf einer ganz anderen Dimension. Lemurien findet quasi auf einer Parallelwelt statt. Das habe ich schon in der Erklärung der Hochkulturen erzählt. Wenn man den Überlieferungen nachgeht, dann findet man Lemurien irgendwo zwischen Indien und Madagaskar oder zwischen Australien und Amerika. Für mich, wenn ich gefragt werde, dann ist es ganz klar Hawaii. Hawaii, Südsee, das ist so der Bereich, in dem ich Lemurien bekomme. Und wenn ich nachfrage bei der geistigen Welt, sagen sie mir auch immer, dass es genau da ist. Über dem Ätherreich von Hawaii und so in dieser Region liegt das Tor zu Lemurien. Und wenn du dich da verbinden willst, dann hilft es, wenn du dich quasi energetisch mit Hawaii verbindest. Lemurien ist für mich eine Energie, die sehr hilfreich der Erde zur Seite steht. Die Menschen oder die Energien von Lemurien, sollte ich vielleicht eher sagen, sind daran interessiert, uns zu helfen bei diesem Aufstiegsprozess. Denn in der Zeit von Lemurien war die Energie eben noch hochschwingend. Also das war so in einer quasi goldenen Zeit, diese lemurische Hochkultur. Und in dieser goldenen Zeit, in diesem goldenen Zeitalter, war die Energie einfach hochschwingend. Die Kommunikation fand mehrheitlich telepathisch statt. Und es gibt zum Beispiel auch in Lemurien überhaupt keinen Hinweis auf quasi normale Menschen und hohe Priester oder Priester oder irgendwelche Tempel, sondern wenn ich mich mit Lemurien verbinde, dann ist es einfach ein sehr hochschwingendes, harmonisches Sein. Da ist jeder hohe Priester oder keiner. Da ist jeder in einem Tempel oder keiner. Weil diese Hierarchie gab es damals noch überhaupt nicht. Man war einfach hier und man hat hier gewirkt und man war glücklich mit dem, was man machen konnte in der Wirkung. Und man hat sich bewusst für eine Inkarnation entschieden und man konnte sich auch bewusst entscheiden, die Inkarnation zu beenden. Was ich interessant finde in Lemurien ist auch, dass man sich, wenn man wollte, entscheiden konnte, dass man gleich als erwachsener Mensch diese Inkarnation beginnt. Also das ist eher ein Erscheinen. Ich glaube, das Wort, was ich jetzt da gerade bekomme, ist das Wort Erscheinen. Also wenn wir das mit der jetzigen Erde übersetzen würden, dann wäre das ein Walk-in. Aber ein Walk-in braucht ja einen Körper, der schon erwachsen geworden ist in den meisten Fällen. Und dann gibt es ein Walk-in. Und das wäre in Lemurien nicht gewesen. Du hattest nicht einen Körper, der erstmal erwachsen werden musste, sondern der Körper war von Anfang an einfach erwachsen. Der kam auch nicht erwachsen zur Welt, der erschien einfach. Also es war eher ein Erscheinen als ein zur Welt kommen und geboren werden, sondern es war ein sehr bewusstes, wohlgeplantes Erscheinen und es gab viel, viel weniger starke Dualität in der Zeit. Also diese Dualen, dieses ganz starke Hin und Her, das gab es damals noch überhaupt nicht, weil die Erde sich einfach schon in einem goldenen Zeitalter befand. Also die Erde war damals sehr nah von der Zentralsonne, beziehungsweise nicht die Erde war nah von der Zentralsonne, sondern natürlich unsere Galaxie. Die ganze Galaxie war nah von der Zentralsonne und insofern einfach hoch schwingend in einer sehr, sehr schönen, hohen Energie. Das Leben auf Lemurien sehe ich immer in sehr viel Natur. Ich sehe, wenn ich mich mit dem lemurischen Leben verbinde, selten irgendwelche Häuser, da brauchte es keinen Schutz, weil man war geschützt. Man konnte sich so verbinden mit der Erde und auch mit sich selber, dass man immer geschützt war und deswegen, wenn es halt geregnet hat, wurde man entweder nass, weil man es gerade gut fand oder man hat sich mit Energie so geschützt, dass man nicht nass geworden ist. Und wenn man schlafen wollte, hat man sich eben so in Energie gehüllt, dass man nicht nass wird oder, naja, nicht kühl wird, was auch immer einfach, dass man sich wohlfühlen kann und schlafen kann. Ich sehe keine Behausungen per se, wo man irgendwo reingeht wie ein Haus oder so, sondern es ist eher wirklich sehr, sehr naturverbunden. Man ist in der Natur mit der Natur und dann ist es eher so, dass man, ich würde es mal vergleichen mit, du hast deinen Lieblingsbaum und du schläfst einfach immer unter deinem Lieblingsbaum und dieser Baum, der ist dann in dem Moment, in dem du in den Schlaf gehst, auch der Schutz, den du da hast. Was ich total spannend finde und ich weiß, ich habe es schon öfters erwähnt, ist, dass in Lemurien die Atemluft irgendwie dicker war. Es ist so, wie wenn es, ich beschreibe das immer mit einer klärtartigen Masse oder geleeartigen Masse und das ist übertrieben, also es ist nicht, so war es nicht. Es ist nicht so, dass man Konfitüre eingeatmet hat, das wäre es nicht. Aber damals war die Luft einfach anders, als es heute ist. Heute ist die Luft relativ dünn und damals war es einfach viel dicker. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, wenn du irgendwo am Meer bist und das Meer sehr aufgewühlt ist, dann hast du diese ionisierte Luft und hast du das Gefühl, du atmest quasi mehr ein. Ich kann mich so gut daran erinnern, als ich in Madeira war. Ich war ja im Februar in Madeira und da hatte es einige Stürme. Das ist normal für Februar in Madeira und es lohnt sich trotzdem. Also ich würde sofort da wieder hingehen, auch im Februar, weil ich fand es großartig, dass es gestürmt hat. Und wenn es dann so einen Sturm hatte, dann war das Meer einige Tage lang richtig aufgewühlt und ist so an diese Klippen gedonnert. Und dadurch war die Luft erfüllt von diesen Ionen, von diesem aufgewühlten Meer und man konnte das richtig einatmen. Und das ist für mich so ein Vergleich mit der Luft in Lemurien. Das Gefühl ist, dass man quasi Gesundheit einatmet in dieser wunderbaren Luft, mit dieser wunderbaren Verbindung. Und in der Luft sind in Lemurien auch schon Heilenergien geflossen, weil es einfach in der Verbindung so war. Und dieses Fließen von Heilenergie in der Luft finde ich ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist so, dass in Lemurien alles Leben so verbunden war, dass allgemein gefühlt werden konnte, wer was braucht oder was die Erde gerade braucht. Es gab nicht wirklich eine komplette Trennung voneinander. Und wenn ich dir das so sage, dann höre ich aus der geistigen Welt sehr deutlich, das gibt es heute auch nicht. Also diese komplette Trennung, die wir da fühlen, ist eine wirkliche Illusion. Und es ist wichtig, dass wir uns dieser Illusion auch sehr, sehr bewusst sind. In Lemurien war man sich eben der Verbindung bewusst. Da war man sich eben dieser Illusion der Trennung noch nicht bewusst. Die gab es damals noch nicht. Und die Verbindung war einfach vollkommen. Und wenn ein Wesen etwas gebraucht hat, dann konnten das die Wesen da rumherum fühlen und diese Energie gerade schon in die Luft schicken. Lass mich das in einem konkreten Beispiel erklären. Ich glaube, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Stellen wir uns vor, damals hätte es sowas wie eine Grippe gegeben. So wie ich das höre, hat es das nicht. Aber ich brauche nun mal einfach irgendwo ein Bild, das ich übersetzen kann. Deswegen machen wir das mit dem Bild der Grippe. Stellen wir uns vor, da gab es eine junge Frau und die hat sich irgendwann am Morgen nicht wohlgefühlt und gemerkt, Gliederschmerzen, Fieber. Ich fühle mich nicht wohl. Ich glaube, ich habe eine Grippe. Und in dem Moment, wo sie quasi am Morgen aufsteht und merkt, oh, ich habe eine Grippe, merkt gleichzeitig der Baum, an dem sie lehnt, dass sie eine Grippe hat und das Gras, auf dem sie liegt, dass sie eine Grippe hat. Und der Nachbar, der irgendwie drei Bäume weiter aufgestanden ist, merkt das auch. Und ohne, dass sie sich überhaupt absprechen, weil das nicht notwendig ist, weil es automatisch passiert, wird in die Luft um diese junge Frau quasi, naja, Antigrippemittel. Bleiben wir mal dabei. Was hat man denn bei einer Grippe? Tamiflu. Ich hatte noch nie Tamiflu, deswegen weiß ich nicht, ob man das wirklich nimmt bei einer Grippe. Aber stellen wir uns vor, man nimmt irgendein Medikament gegen Grippe, dann wird quasi genau dieses Medikament in die Luft gepumpt um diese Frau herum und sie beginnt automatisch, diese Hilfe gegen diese Grippe einzuatmen. In Marisa übersetzt wäre das dann ätherische Öle und zwar genau die Öle, die eben sehr, sehr heilsam sind und sehr, sehr antiviral und antibakteriell sind. Und das wären dann die natürlichen Gegenmittel gegen ein Unwohlfühlen. Ähnlich kannst du dir das vorstellen, wenn jemand etwas gegessen hat, was ihm nicht gut tut. Auch da geht es dann darum, wenn man sich unwohl fühlt, dass man genau das einatmet, was man braucht. Also vielleicht dann irgendwie Fenchel einatmet, weil Fenchel hilft gegen Unwohlsein oder Ingwer einatmet. Und genau das ist dann passiert. Das Wesen, das betroffen wurde, hat gefühlt, oh, ich fühle mich unwohl, sondern auch das ganze Umfeld hat das gefühlt. Und alle miteinander haben quasi einen Effort gemacht, um es diesem Wesen wieder wohl gehen zu lassen. Also dass es diesem Wesen wieder wohl geht. Und ich weiß, dass diese Übersetzung, die ich da bringe und dieser Vergleich mit einer Grippe oder was Schlechtem gegessen, wirklich hinkt. Aber ich muss es irgendwie in menschlich übersetzen oder in unsere Erde aktuell übersetzen, weil es war nun mal eine Hochkultur, die schon sehr lange her ist. Und da hat einfach viel sehr anders stattgefunden. Und sie hätten sich nicht so unwohl gefühlt, wie wir uns unwohl fühlen, weil es einfach eine andere Zeit war. Aber ich versuche einen Vergleich zu machen, wie diese Luft heilsam auf die Menschen eingewirkt hat oder auf die Wesen eingewirkt hat. Und ich hoffe, dass ich damit einen Punkt machen konnte, der es so ein bisschen erklärt. Das lässt sich natürlich auch übersetzen, dass wenn ein Baum irgendwie, was auch immer, mehr Nährstoffe braucht, dass auch die menschlichen Wesen dann diese Nährstoffe in die Luft um den Baum herum absorbiert haben, damit der Baum diese Nährstoffe bekommt. Also es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, weil das ist einfach in Lemurien so. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Lemurien hat einen unbeschreiblichen Schatz an Wissen. Und wir als Lichtarbeiter haben diesen Auftrag, uns mit diesem Schatz an Wissen zu verbinden. Wenn ich in diese Verbindung gehe, wenn ich dahin gehe und nachfrage, wie können wir uns denn mit diesem Schatz an Wissen verbinden, dann war eine ganz, ganz klare Information, dass Lemurien mit der sechsten, der neunten und der elften Dimension verbunden sind und in engem Austausch stehen. Und auch diese Dimensionen bieten sozusagen ein Durchgangsportal zu Lemurien. Also über die Verbindung mit der sechsten, der neunten und der elften Dimension kann lemurisches Wissen kanalisiert und weitergegeben werden. Denn wir auf der Erde als Lichtarbeiter haben den Auftrag, dieses Wissen wieder uns anzueignen. Und ich finde es ganz interessant, weil Lemurien ist sehr bekannt unter den Lichtarbeitern und viele lieben dieses lemurische Wissen. Und das sehe ich auch schon seit vielen Jahren auf die Erde einfließen. Und ich finde es interessant, weil wir ja bei der letzten Folge über Hyperborea gesprochen haben und das neue hyperboreische Heilwissen, das jetzt zur Erde kommen kann. Und es geht darum, dass diese verschiedenen Informationen wirklich abgeholt werden. Also du bist tatsächlich auch aufgefordert zu gucken, welche der Hochkulturen liegt dir denn ganz besonders? Gibt es eine Hochkultur, mit der du dich ganz intensiv verbinden kannst und von der du fühlst, da bist du irgendwie in einer Verbindung. Weil gerade bei Lemurien haben sehr, sehr, sehr viele Menschen dieses Wissen aus der Zeit von der lemurischen Hochkultur. Naja, sehr viele Menschen, stimmt nicht, aber sehr viele Lichtarbeiter. Und auch die Erde hat ein aktives Wissen aus der Zeit von der lemurischen Hochkultur. Und diese Erinnerungen an Lemurien werden in den vergangenen Jahren immer stärker. Sie werden immer klarer und sie immer, immer stärker. Und die Kultur ist somit eben auch nicht verloren, sondern ganz im Gegenteil. Sie ist noch sehr, sehr stark vorhanden. Was du machen kannst, wenn du dich mit der lemurischen Kultur verbinden möchtest, dann ist es für dich ein Auftrag, dass du dich mit diesen verschiedenen Dimensionen verbindest, dass du mit der sechsten, mit der neunten und mit der elften Dimension mal guckst. Vielleicht hast du ja den Ursprung in einer dieser Dimensionen. Und über diese Verbindung mit den Dimensionen wirst du dich auch mit Lemurien verbinden können. Wenn du in diese Verbindung gehen möchtest, dann würde ich dir raten, dies über Hawaii zu tun. Also stell dir vor, dass du dich in deiner Meditation mit den Portalen in Hawaii und der Südsee verbindest und über diese Verbindung mit Hawaii und der Südsee dann dich auf die lemurische Verbindung konzentrierst und durch dieses Portal dich mit den höheren Dimensionen der sechsten, der neunten und der elften verbindest und dann gleichzeitig aber auch mit der lemurischen Energie. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass du, ich habe das schon öfters erlebt, dass ich jemandem gesagt habe, ja, du kannst dich mit dem lemurischen Wissen verbinden, zum Beispiel in der Seelenreise oder in der Meditation. Die Leute kommen dann ganz enttäuscht zurück und sagen, das geht nicht. Und dass es nicht geht, das liegt nicht daran, dass du dich nicht verbinden kannst, sondern es liegt daran, mit welchem Bedürfnis du in diese Verbindung gehst. Wenn du einfach nur da reingehst, weil du neugierig bist und findest, ich will da mal hingucken, dann wirst du diese Verbindung nicht so tief aufbauen können, sondern dann wirst du wahrscheinlich enttäuscht sein. Mache diese Verbindung, wenn du fühlst, dass du tatsächlich mit Lemurien verbunden bist. Wenn du fühlst, oh, das ist eine Verbindung, da komme ich her. Und nicht jeder von uns kommt aus Lemurien oder nicht jeder von uns kommt aus der sechsten, der neunten und der elften Dimension. Es gibt Menschen, die kommen aus der siebten Dimension, aus der achten, aus der zehnten, aus der zwölften. Und wenn du für dich etwas übers Knie brechen willst, dann wird es nicht funktionieren. Und das ist ganz normal, dass es nicht funktionieren wird, weil es ist eben übers Knie gebrochen. Wenn ich von den Dimensionen spreche, vielleicht kennst du sie, ich beschreibe sie vor allem in meinem Buch ganz genau. Das Buch heißt Seelenheimat und ich mache dir einen Link, damit du dir das kaufen kannst, wenn du das möchtest. Wenn du dich mit den Dimensionen verbindest und merkst, oh, ich selber komme aus der sechsten oder aus der neunten oder aus der elften Dimension, dann wirst du automatisch auch enger verbunden sein mit der lemurischen Dimension. Und gerade die Wesen aus der neunten Dimension sind da sehr, sehr eng verbunden. Jetzt leben aber nicht so viele Menschen aus der neunten Dimension bei uns auf der Erde. Und viele von den Menschen, die aus der neunten Dimension hier leben, sind noch ziemlich jung. Also es ist vor allem jüngere Menschen, die von dieser neunten Dimension kommen. Und du erkennst sie daran, dass sie sehr zart sind, sie sind sehr androgyn und sie sind sehr, sehr lichtdurchflutet. Sie sind super gerne harmonisch. Und was sie verbindet, ist, sie leiden überhaupt nicht unter dieser Trennung von der Heimatdimension, weil das ist ja etwas, was viele leiden. Ganz viele Menschen, die aus der sechsten Dimension kommen, leiden sehr unter dieser Trennung und sehnen sich danach, in ihre Dimension zurückzugehen. Menschen, die aus der neunten Dimension kommen, leiden nicht unter dieser Trennung, sondern sie fühlen sich verbunden mit ihrer Dimension. Und sie staunen etwas darüber, wie es bei uns zu und her geht. Das ist so dieses große Erstaunen darüber, wie das jetzt läuft. Wie gesagt, meistens sind diese Menschen noch etwas jünger und ich meine damit nicht, dass sie drei oder vier Jahre alt sind, aber die meisten von ihnen sind jünger als, sagen wir mal, 40. Und es sind Menschen, die extrem starke Gemeinschaftswesen sind. Es sind Menschen, die die Gemeinschaft brauchen und die die Kommunikation mit der Gemeinschaft brauchen. Und was sie haben, ist, sie nehmen sehr viel leicht und mit Humor. Und auch das, diese Gemeinschaft, diese Kommunikation und diese Leichtigkeit ist etwas, was eben direkt an Lemurien erinnert. Also diese Wesen aus der neunten Dimension und die Wesen in Lemurien haben da sehr, sehr viel gemeinsam. Es gibt im Moment noch nicht so viele Menschen, die aus der neunten Dimension kommen, aber es wird immer mehr. Denn sie bereiten gerade den Weg vor für diejenigen, die nach ihnen kommen. Sie bereiten gerade den Weg vor für die Kinder, die jetzt inkarnieren und die eben mit Lemurien ganz direkt verbunden sind, mit der neunten Dimension direkt verbunden sind. Und ich meine damit nicht nur direkt, sondern auch wach mit der neunten Dimension verbunden sind. Also die kommen können und sagen können, naja, das ist doch das Wissen, das wir schon damals hatten. Hier, wieso verbindest du dich nicht mit der Energie? Und wieso verbindest du dich mit der Energie? Das ist genau dieses lemurische Wissen, das auf die Erde kommt und das mit der Erde verbunden ist. Und dieses lemurische Wissen ist da. Es ist interessant, weil wenn ich dir das so erzähle, dann sehe ich, es ist da und es ist wie in einem Safe drin. Und diese Safes sind riesengroße Safes und die sind überall auf der Erde verteilt. Die sind da und vorhanden, zum Teil aber eben noch geschlossen, weil die Menschen, die wirklich mit dieser lemurischen Energie verbunden sind, noch in ihr Bewusstsein kommen müssen. Und ich will damit nicht sagen, dass wenn du jetzt sagst, ey, ich fühle diese lemurische Energie und ich fühle auch das Bewusstsein und ich bin ganz bewusst mit Lemurien verbunden, dann finde ich das total schön. Dann hast du den Auftrag, dass du das aber tatsächlich auch zu Papier und in die Welt trägst. Vielleicht fängst du an, aufzuschreiben. Vielleicht beginnst du, einen Blog zu führen. Vielleicht fängst du an, in deiner Praxis mit der lemurischen Energie zu arbeiten. Vielleicht fängst du an, Videos darüber zu drehen. Aber es geht darum, dass dieses Wissen wirklich in die Welt getragen wird. Und es geht darum, zu teilen. Was das Lemurische ausmacht, ist dieses Miteinander und dieses Teilen. Und es geht nicht darum, dass jemand etwas besser weiß oder mehr weiß oder höher schwingend ist, weil das gab es damals einfach nicht. Sondern es geht darum, dass wir alle genau gleich sind. Jedes Wesen, egal ob es ein Baum war, ein Tier oder ein Mensch, hatte die gleiche Aufgabe, die gleiche Wichtigkeit in Lemurien. Es war einfach gleichberechtigt. Und ich meine damit nicht zwischen Mann und Frau, sondern ich meine zwischen jedem Wesen. Ein Grasfleck war genauso wichtig wie ein Baum oder ein Mensch. Denn ohne das eine würde das andere nicht existieren. Und das ist etwas, was das lemurische Wissen ganz, ganz stark mit sich bringt. Diese komplette Verbindung, diese komplette Einheit und dieses hundertprozentige Wissen, dass es ohne den einen nicht gehen würde und ohne den anderen auch nicht. Und dass es nicht das eine ist, was besser ist oder das andere ist, was besser ist, sondern nur das Gemeinsame ist besser. Nur das Verbindende ist besser. Nur das, was wirklich in eine Einheit kommt, ist das, was uns tatsächlich weiterbringt. Und für Menschen, die jetzt sagen, hey, ich komme aus der neunten Dimension, ich habe Erinnerungen daran. Oder ich komme aus der sechsten Dimension und habe Erinnerungen an Lemurien. Oder ich weiß zwar nicht, aus welcher Dimension ich komme, aber ich habe Erinnerungen an Lemurien. Dann ist für dich der Auftrag sehr klar, dass du dieses Wissen anfängst zu teilen. Und es geht dabei wirklich um konkretes Wissen. Es geht nicht darum, irgendwelches, da war sehr viel Licht zu teilen, sondern wirklich konkret zu sagen, okay, wenn das passiert ist, dann haben wir so reagiert. Also gehe wirklich in dieser Verbindung. Und die Aufforderung, die du da hast, ist ganz stark in die Meditation zu gehen, dich über das Portal von Hawaii mit Lemurien zu verbinden. Und vielleicht weißt du schon lange, dass Hawaii eine Seelenheimat von dir ist. Oder du warst schon oft in Hawaii. Oder du fühlst diese unheimliche Verbindung dahin. Dann ist es genau das, was du machst in deiner Seelenreise. Du verbindest dich mit Hawaii und du gehst in diese Verbindung. Und über dieses Portal, das sich bei Hawaii und in der Südsee befindet, gehst du dann weiter nach Lemurien und oder zur neunten Dimension und bekommst da dann die Information, die du brauchst. Wenn ich die geistige Welt darum bitte zu sagen, ja, haben wir den Zugriff auf dieses Wissen, dann sagen sie mir sehr, sehr klar ja. Und sie sagen mir auch sehr klar ja. Und das ist schon lange da. Also bei Hyperborea vor einem Monat haben wir darüber gesprochen, dass diese Energie ganz neu reinkommt. Und hier in Lemurien ist es nicht, dass sie neu reinkommt, sondern es ist schon lange da. Gleichzeitig ist aber da noch viel mehr Wissen. Und dieses viel mehr Wissen will zur Erde gebracht werden. Dieser totale Gleichklang, Einklang und die totale Harmonie will gebracht werden. Und auch das ist etwas, was uns in unserem Prozess, in dem wir sind, unterstützt. Denn indem du lernst, in dir selber in die Harmonie zu kommen und mit dir selber harmonisch zu sein und jeden Aspekt von dir selber anzunehmen, so lernst du auch, das genauso bei anderem zu tun. Und deswegen ist die erste Aufgabe, die du bekommst, ist mit dir selber in eine komplette Harmonie zu gehen. Gerade wenn du weißt, dass du die neunte Dimension zum Beispiel als Heimatdimension hast oder auch die sechste, dann ist deine Aufgabe sehr klar und intensiv, werde mit dir selber harmonisch. Nimm jeden Aspekt von dir an. Egal, ob dieser Aspekt gerade liebenswert ist oder nicht. In dem Fall, in dem Moment, in dem du dich selber bedingungslos liebevoll annimmst, in dem Moment kannst du anfangen, das lemurische Wissen und die lemurische Weisheit auf die Erde zu tragen. In dem Moment kannst du anfangen, dieses grandiose Dasein von damals wieder hierhin zu bringen. Die Bilder, die ich bekomme, sind sehr stark. Es ist dieses ganz starke Miteinander, dieses ganz starke Verbindende. Dieses ganz starke, wir sitzen irgendwo im Wald, in der Natur und verbinden uns einfach in der Natur. In Lemurien, wenn man eine Zusammenkunft hatte, sozusagen eine Konferenz und dabei etwas besprechen wollte, dann hat das schweigend stattgefunden, weil die Menschen sich über Telepathie unterhalten haben. Das heißt, man hat sich schweigend irgendwo auf eine Wiese gelegt oder gesetzt und dann miteinander darüber gesprochen, was die nächsten Schritte sein könnten oder was es gerade braucht oder wie auch immer es weitergehen soll. In diesem Schweigen, in dieser telepathischen Kommunikation kannst du nicht lügen. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst keine Masken tragen. Du teilst ganz genau das, was gerade da ist. Und das braucht für uns heute sehr viel Mut. Denn wir sind daran gewohnt, Masken zu tragen. Wir sind daran gewohnt, Dinge von uns zu verstecken. Wir sind nicht daran gewohnt, offen zu teilen. Und wenn du dich mit dieser lemurischen Energie verbinden willst, wirst du erkennen, dass es darum geht, sehr, sehr offen zu sein. Offen mit dir selber. Und das erinnert mich an die Podcast-Folge von vor ein paar Wochen über die achtsame Selbstkommunikation. Podcast-Folge 114. Vielleicht magst du die nochmal hören. Denn da geht es darum, dass du zumindest anfängst, mit dir selber ehrlich zu sein. Und in dem Moment, in dem du mit dir selber bedingungslos ehrlich bist, kannst du dann auch ins Draußen gehen. Telepathie kann in dem Moment anfangen stattzufinden, wenn du keine Maske mehr tragen musst. Wenn du dein authentisches Selbst zeigst, genauso wie es ist, ohne zu befürchten, dass irgendwas daran nicht gut genug sein könnte. Nicht schön genug, nicht lichtvoll genug. So wie du bist, bist du richtig. Und Menschen, die mit dieser lemurischen Energie verbunden sind, sind ganz besonders aufgefordert, in diese Klarheit zu kommen. In diesen Mut zu kommen, sich authentisch zu zeigen, wie sie sind. Und darum wünsche ich dir auch diesen Mut. Denn was ganz sicher ist, ist, ich brauche das. Wenn du verbunden bist mit dieser lemurischen Energie, dann braucht es dein Wissen und es braucht dich und es braucht deinen Mut, um vorangehen zu können. Wenn du diese Verbindung hast, dann fang an, telepathisch mit deinen Leuten zu reden. Werde aktiv. Dieses Wissen der alten Hochkulturen will einfließen. Es will aktiviert werden. Und du bist herzlich eingeladen, es in deinem Leben so zu aktivieren, dass du für andere Menschen ein Vorbild sein kannst, dass du vorangehen kannst und dein Licht hell leuchten lassen kannst. Ich wünsche dir viel Freude dabei und beende damit für heute den Sehnschimmer Herzensdialog, die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe!